Oder irgendeine Gang und dann, ähm, geh halt irgendwo Roleplay machen, weil du kannst ja Roleplay, das weiß ich ja. Ja, ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? Sie sind kaloppiert. Und hab sogar noch ne Maske auf. Ja, und die Maske darf ich aufziehen. Ich hab ein Zertifikat vom Marshal. Ja, ja, und den Erbsen. Galoppiert sind sie ja trotzdem. Dürft nur einmal zu mir gucken, hinter ihnen. Was wir denn jetzt ernten? Entschuldigen Sie. Was hast du gesagt? Sie sollen sich umdrehen, bitte. Ja, der hat sich gefragt, warum sie ne Maske haben in der Stadt. Das ist ja schon ne berechtigte Frage, ne? Ja, ich kann dir auch gleich mit dem Kopf schießen. Warum wollen sie denn, äh, was haben sie gesagt? Ihr sollt sich, ihr sollt sich vertissen. Einmal mal bitte, Hände auf den Rücken, Hände mal auf den Rücken, bitte. Sie sind verhaftet. Haben sie gerade die Waffe gezogen, um auf ihr zu zielen? Ich glaube, sie ist doch bescheuert, ne? Nehmen sie die mal fest, bitte. Der kommt mit. Gehenbleiben! Gehenbleibe! Was ist denn mit dem verkehrt?